Eine Ferdekonga-Safari, die schwingt der Erde in der Welt, denn wir fliegen mit 120 Suchen und 45 Meter hoch durch die Lüfte. Schnell, die Einradkette beschleunigen wir dabei, wo unglaubliche wir gehen. Aber, ihr müsst euch behalten, denn unsere Ferdekonga-Safari nehmen sich immer nur 20 früttige Abenteuer-Rakete. Also, bis gleich! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.